Genau, irgendwas mit Katzen. Hallo, herzlich willkommen. Zurück zu... Der singt, ne? Ach, das hebt doch die Arbeitsmoral. So. Hallo, herzlich willkommen. Zurück zu Assassin's Creed. Origins, Alter. So, wir machen, wir reisen mal nach Gizeh. Oder Giza. So, ich muss den mal wieder husten. Gratuliere, wieder der ganze Ding hier. Ja, ja, ich jump da mal wieder. Was? Was seid ihr jetzt für welche? Den, ich muss jetzt präsentieren. Ist hier eigentlich noch... Jetzt, warte mal. Entschuldige, wir machen gleich weiter. Ist hier eigentlich noch... Ihr seid lieb, ne? Ist hier eigentlich noch irgendwo Cleopatra? Ei, 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 da rennt der Windhundrum da. Tau doch mal ein, wenn die ganze Zeit die Wachen da gehen, ne? Ich schau mal, ob die Madame noch da ist. Oh, oh, oh. Hey, wo habt ihr denn eure Chefin? Wo ist denn die jetzt wieder hin? Gratuliere, können wir hier vielleicht was looten? Das fällt doch bestimmt nicht aus, wenn wir da ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht ist die oben... Entschuldige, das interessiert mich jetzt noch mal. Ja, tut eigentlich Amun, oder was? Ne, so. Da haben sie gefeiert, Freund. Ah, mein Frau, ne? Oh, Entschuldige. Hi, Schatz. Hat deine Jagd schon begonnen, mein Bayek? Welche Jagd? Achso, ne? Freilich, wir müssen ja... Ja, das ist mal irgendwann einmal. Wir... Ich geh nämlich jetzt mal... ...zur nächsten Quest, liebe Freunde. Beziehungsweise in die nächste Ortschaft, ins nächste Gebiet. Wenn wir jetzt da mal reisen. So, da. Was, was? Da rufen wir jetzt mal... Gehen wir mal in die Ausrüstung rein. Reit hier, da haben wir ja das Kamee gehabt. Wir holen uns mal das Pferd. Zu uns. Und... Hi, hallo! Dann reiten wir mal mit ihm. Die Deppen schon wieder. Das ist die KI hier, ne? Oh. Die KI hier, ne? Das ist auch schon irgendwie ein Traum, ne? Also... Junge, Junge. Das ist ja teilweise recht komisch. Ich frage mich erst mal, warum ist das... Was ist denn mit euch los, ey? Hier können wir nicht über... Ich weiß nicht, ich hab A... Momentan hab ich bei mir A nur... Da, schau her. Nicht da herreden. Momentan hab ich A nur Let's Plays auf meinem Kanal, ne? Wo die NPCs so ekel... Entschuldigung, wo die NPCs... Ist der tot? Fräulee! Wo die NPCs so ekelhaft sind. Bei Kingdom Come Deliverance... Maut uns eine nur im ganzen Tor an. Hier... Du hast ein Blät angemaut von der Seite. Aber wenn's dir Platz möchtest... Jetzt pass auf. Da, schau her. Du bist ewig weit weg von den Egnallern. Komm, wir machen mal, weil wir's können. Warte, wir rufen mal unseren Vogel. Ah, leg mich doch fett. Fahren wir hier schon mal? Was ist das für ein Kaff? Kekse, komm, wir werden heute die Folge nur umherreisen. Beziehungsweise ins neue Gebiet reisen. Wir sind endlich eingeschlafen. Wow. Hallo, mach mir Bosti! Hallo. Na, mein Junge? Oh. Oh, du Gott, jetzt bin ich fast auf die Ziegen gestiegen. Das ist da, kann aber was echt, dass ich hier jetzt schon aufkrabbel, ne? Alter Verwalter! Luden, luden, luden! Ich fordere dich raus, Ibid! Traust du dich, das Verfühl der reichen Dame zu stehen? Und es hier hinzubringen, Harva! Hat er sich doch anscheinend trauen, ne? Würde ich jetzt einmal so behaupten. So, Obacht geben. Schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen runterkommen. Uiuiui! So, macht's gut! Wo ist denn jetzt mein Pferd wieder hin? Herrgott! Ja, ist ja gut. Mäh, 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 tu mich auch. So, wir... ...reiten mal gepflegt weiter. Das gute Gaul ist nicht, weil Pferde scheu, wasserscheu. Okay, hier gibt's nix, hier können wir nur die Affen holen. Ja, komm. Den Ergo können wir uns sparen, da haben wir ja, glaube ich, war, glaube ich, mal eine XXL-Folge. Aber eine Stunde, sechs, glaube ich, kann mich da noch gut erinnern. Damit... Das muss ich euch auch noch helfen. Das muss ich euch auch noch helfen lassen. Das muss ich euch auch nix machen. Kopfscher! Kopfscher! Früher war's. Lässt doch ganz gut. So, da haben wir glaube ich noch einen, ne? Noch mal Ahnung, einen Gipser drüber. Ist noch einer dort. So, ich steig mal kurz ab, um das Zeug zu luden. Die glauben es ja sowieso nicht zusammen. Ich wollte es kurz sagen, aber hier sind anscheinend noch gegen, ne? Aber was sei denn jetzt? Sag ich nix zu luden? Wo ist eigentlich Maikaul? Ist das Maikaul? Ne, ich habe andere Decken gehabt, ne? Das ist Maikaul. Das ist Maikaul. Eine Münze. Jo, das hat sich echt klont, eh. Freunde, der Sonne hat sich das klont. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir mal hier hinüberkommen. So, wie man den geht. Ja, ist ja nicht besonders tief. So. Dann bedanke ich mich für dich. Ich würde aber doch wieder einen Kamel nehmen. Weil es einfach... Ja, ist... Der Wandere. Entschuldigung. Ja, fein. Ich hoffe, du hast genug getrunken. Wir reisen in Richtung... ...den Pyramiden. Da bin ich ja mal richtig Schaftlauf. So, ich hoffe, wir finden vielleicht die eine oder andere Fata Morgana hier. Ne, hier haben wir tatsächlich nichts. Hui. Ah, ist das schön. Krass, wieso ist das so gelb? Was ist da an der Wand? Was hängt da am... Können wir da rein? Ich weiß es nämlich gar nicht. Da müssen wir fast 100 Folgen warten, bis wir endlich mal an die Pyramiden kommen. Wieso ist das so gelb? Wieso ist da der Rand so gelb? Schau mal her. Oder ist das... Oder ist das nur so eine optische kleine Täuschung? Was ist das so gelb? Das ist geil, Freunde, da machen wir glaube ich auch noch ein Thumbnail. So, sehr schön, wir gucken mal, was der Filter so hermacht. Hä? Könnte man eigentlich machen, ne? Könnte man eigentlich machen. Ähm. Farbton-Sättigung. Ja, das ist mir doch zu krass ein bisschen gewesen. Was ist das Rauschen noch einmal? Ach so, ist okay. Ja, Schärfentiefe. Ja. Signetierrohr, Farbtemperatur. Ich, ich, ich. Das wäre nicht schlecht, so Farben rauschen. Ja, das hat aber alles irgendwie was. Das sieht nicht verkehrt aus, ne. Freunde, ich glaube wir nehmen das. Ich glaube wir nehmen das. Ich glaube wir nehmen das. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Zwar ein bisschen dunkel, aber sieht doch, wie ich finde, doch sehr phänomenal aus, so. Ja, hätte ich gesagt, nehmen wir das so. Hey, Schluggi. Ne, du nicht aufhebelst. Wo ist das cool, wir gucken mal auf die Karte. Alter. Das Ding besteht ja eigentlich sowieso nur aus Ägypten, äh, aus Pyramiden. Großartig hast du ja hier nix. So, dann gehen wir gleich mal hier rüber. Gucken wir uns das gleich mal an. Hat ja genug Wasser, da habe ich ja ein bisschen Amores, ne. Dass der irgendwie mal zusammenkippt oder so. Ich weiß nicht, ob das geht oder ob das funktioniert. Ob das die Entwickler eingeplant haben. Läuft aber auch Reklamer wahrscheinlich, ne, muss ich sagen. Schlaufen, du, da habe ich ja cool. Ah, guck mal, da habe ich hier was drin. Ist doch fake, oder, da hinten? Warte mal, wir hatten doch, jetzt pass auf. Wir hatten doch, wo wir gut in der Wüste damit aus, äh, ne. Komm, obligatorisch, hauen wir mal die Kapuzen auf. Ähm, wir hatten doch was. Ich fahre, fahre, anführe. Wandere. Savannien Maradion, oder? Irgendeinen hatten wir doch hier. Wurst in der Wüste gut damit umgehen kannst. Das ist da. Die Maraudeurskleidung. Yo. Da sind wir doch nicht, dass wir hier von den Latschen kippen. Ah, es sieht schon geil aus, jetzt mal ohne Witz. Leck mich doch fest. Gefällt mir total, Alter, ohne Witz. So, egal. Ich habe freie Schussbahn. Wie freie Schussbahn. Jetzt ist mal Ruhe hier. Das muss man halt mal anders sagen, ne, dass da die zwei Halunken rumhupfen. Ja, wie geil. Ich freue mich sehr. Ach, warte mal. Ich komme hier gar nicht durch, oder was? Scheiße. Ich fühle mir alles. Das dachte ich, das sind Schlange, ne? Luden, 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 ich bin gespannt, was wir jetzt hier bekommen. Dass wir hier gleich zwei Dinge haben, ne? Jo, schwere Klingenwaffe, alles gewinnbringend verkauft und doppelschwerter. Guck mal hier nicht, dass ich hier tatsächlich noch was übersehen habe, nein. Sehr cool, was ist jetzt schon wieder? Oh, wie cool, was ist hier? Jungs, 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 legt euch bitte nicht mit mir an, ne. Nett währenddessen ich hier Schicht hab, Freunde, merkt euch das. So. Wieso sind hier Lecher, ey, wir können hier echt rein, wie geil. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier ... Ja, aber ein bisschen Unkraut wächst hier anscheinend schon auch noch, ne? Aber Lud technisch ... Oh, wie cool, komm, wir gehen heute hier noch auf so ein Ding drauf. Mir gefällt jetzt hier, was waren eigentlich das für Dinge ... Früher, siehst du, da fehlt jetzt wieder so eine Tafel, dass das ein bisschen erklärt, was ist ... War das mal früher eine Stadt vielleicht? Boah, der Projekt tut mir so leide, den hätt ich hier so rum wie so ein Verrückter. Ich glaube, wir haben gar keine Chance, hier nach oben zu kommen, ne? Ohne, da rutschte ich, da haben wir doch keinen Halt, oder? So, ich verarsche, sag los, wir kommen hier tatsächlich rein, oder rauf. Das ist so unheimlich. Was der da hochkommt, ne? Jetzt wär ich fast nur untergefallen, ey. Ich glaub, wenn ich ihn unterfall, dann war's das für mich nicht. Das sieht so unheimlich geil aus, jetzt mal ohne Witz, ne? Komm, wir machen hier so ein Something, ne? Oder wir machen tatsächlich nichts, ne? Ja. 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 Es sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus. So vielleicht, oder? Dann vielleicht doch noch ein Filter, aber ich glaub... das hat natürlich was. Komm, wir machen mal ein Foto, ey. jetzt ist es auch wurscht. Es sieht schon, muss ich sagen, sehr, sehr geil aus. So, komm, lauf mit dir. So, komm, lauf mit dir. Ach, da ist tatsächlich ein Ding. Also, das ist schon ziemlich geil, ne? Junge Schwede, du. Das machen wir zusammen. So. Ähm, Bearbeitung. Wir gucken mal, was filtertechnisch... Ja, das vielleicht. Oder das, man weiß es nicht. Nein! 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 ... oder doch so, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, das nehmen wir als thumbnail, Freunde, ich glaube, das nehmen wir als thumbnail. Und wir synchronisieren. Cool, Pyramide können wir hier runterrutschen, wie geil. Welcher Nau schlägt hier sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Oh, hier unten ist ein Ausrufezeichen. Ich halte gerade jetzt voll die Leid rum. In diesem Sinne, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen bei Assassin's Creed Origins. Was für ein Ausblick. Macht's gut. Servus, euer Franconia. Ja. 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 Ja.